ein bisschen heilung wäre aber auch nicht mehr schlecht ich bin in der kolonie wo bist du siehst du den lichtturm wir treffen uns dort genau gespannt was jetzt für vier kommen aber heilung gibt es nicht mehr ich weiß nicht was muss ich da hinten machen bestimmte hier hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alter, jetzt mal ganz im Ernst, ey Das war's für heute. 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 Das ist aber doch eh wie bescheuert, oder? Das war's für heute. Das ist so bekloppt eigentlich, dass du beim Zurücklaufen hier lang auf einmal das Ding aktiviert und das Krach macht. Alter, ey, das ist doch richtig assi, ey. Das war's für heute. Das war's für heute. Und bleib... Das war's für heute. 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 Ich finde das eigentlich witzlos, dass die das so programmiert haben, dass du keine Heilung kriegst. Schöpfe Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020